So, wir haben das alte Lied, wieder mal kein Geld. Wir gucken mal, was können wir denn noch aus dem Aushang hier noch gewinnen. Ein hoher Bedarf an Wein wird in unserer Stadt nicht gedeckt. 28 Fass, 28 Fass Wein, wie sieht das aus, mit 28 Fass Wein, kein Geld, kein Geld. 28 Fass Wein, da haben wir 28 Fass. Zack, zack, drauf auf die gute Dame hier. Zack. So, jetzt gucken wir mal, dass wir das Ganze noch bekommen hier. 28 Fass Wein in Danzig. Zack. So, da geht der Spaß jetzt hin. Dann haben wir das auch schon. Was haben wir hier? Laberaturen, die wir aus Geldmangel nicht ausführen können. Hoppala. Wir haben ein paar Entermesser, jetzt sind wir über 100. Na dann. Da muss doch noch einer sein. Nein, das wird jetzt die Ascaron sein hier. Ascarona. Ach, Lünx heißt das, gutes Stück. Ah ja. Der Holkwalkyrien legt in Riepen an. Müssen wir mal reingucken. Was wir da so Gutes verkaufen können. Ein bisschen hier, ein bisschen da. So wirklich toll ist es nicht. Fisch, Getreide. Das ist alles so eine Sache. Fünf, Getreide, fünf. Trantran. Alt, 20. Salz. Honig, Holz, Hanf, Tralala. Ne, das ist alle ganz gut hier. Bring das mal da rüber. Die Hildegard. Hey, die kann man ganz gut hier. Fisch geht auch gut weg. Keramik geht gut weg. Dann können wir hier noch kaufen. Tja. So, darüber. Haben wir das auch schon. Wie sieht das hier aus? Ei, ei, ei. Klar, wir haben kein Geld. Können auch keine Reparaturen ausführen. Was ein Elend. Was ein Elend. Ach, Fleisch. Leder, Salz. Müssen hier kaufen. Nichts geht mehr. So. Wenn da nichts mehr geht. Mal gucken, ob wir hier noch Matrosen aufnehmen. Ja. Ja. Sechs Stück. Weil. Jetzt haben wir da noch die Abrechnung. Die uns da. Alles mögliche verhagelt. Müssen wir hier volles Programm dagegen halten. So. Fisch. Ach, der ist ja immer noch miese. Hauen wir den auch noch raus hier. Wie sieht es hier aus? Löwenherz. Was haben die denn? Tuch. Das haben wir doch gar nicht. Warte mal. Ähm. Hallo. Da ist nix. Da ist nix und da war nix. Hier bringen wir so viel Schwung hier rein. Tran. So. Felle. Ein Fell. Einmal das. Hanf, Fleisch, Fisch haben wir gebracht. Honig. Nicht so viel. Leder, Keramik. Leder darf es ruhig zehn Stück sein. So. Wie sieht es da aus? Nicht gut. Okay. Konvoi, Strahlsund, legt die Novgorod an. Landesfürst. Eine amtliche Nachricht. Ja, der will hier alles Mögliche haben. Das kann ich gar nicht liefern, was der will. Schnigge. Witteka. Wein. 31 war das. Zack. Sehr schön. Sehr schön. Und das auch noch. Zupp. Können wir mal ein paar davon aufnehmen. Erz ist eigentlich günstig, aber mir nicht günstig genug. Keramik, Leder, Pech. Das war es dann auch schon. Was gibt es hier sonst? Nichts. Gut, dann lassen wir das stehen. Das haben wir hier jetzt. Diese Glinde. Da haben wir auch noch einen. Komm, dann machen wir mal hier die Reparatur. Klar. Und dann hier auch. Die Reparatur klar machen. So. Dann müssen wir schon wieder eine ganze Menge los. Können wir nicht ändern. Wollen wir wohl auch gar nicht. So. Drei Stück. Die Lynx. Ist wieder bereit. Matrosen. Zack. Wie sieht es aus mit Waffen? Alles klar. Alles klar. So große Tralala haben wir nicht. Warte mal. So. So. Zack, zack. Das sieht doch schon besser aus. Das sieht doch schon besser aus. So. Die kann dann hier raus. Gucken. Wo könnte wohl hier so ein dummer Pot dann herkommen. Keine Ahnung. So. Da haben wir noch die Sieglinde. Die fahren wir mal hier rüber. So. Fahren ist beim Schiff natürlich gut. Ich würde sagen, wir segeln den Pot darüber. Jetzt geben wir mal ein bisschen Kniegas. Damit hier auch noch was zusammenkommt. Müssen wir mal gucken, dass wir Aufträge kriegen. Das ist ja Aufträge, Aufträge, Aufträge. haben wir da. das Tuch drauf, tatsächlich. Das Tuch drauf. Und wo ist hier der Pot? Mit dem Bier da. Das ist doch super. Läuft doch. Da. Moment. Mal gucken, ob das was wird hier. Dass wir den da abfangen können. Wäre natürlich schon mal was. Ist denn hier jetzt noch Flut wieder. Ja, da können wir doch mal nach Köln hier segeln. So, damit wir so langsam so weit das möglich ist die Städtchen besetzen. Ja, der kommt. Der kommt. Damit wir die Städtchen besetzen können. Und unsere Lynx hoffe ich mal, dass sie das machen wird. Der sich eigentlich schon verbessert. Nein. Bei dem, was der weggeholt hat und hat noch keine Verbesserung. Mann, Mann. Jetzt holen wir noch ein Pot von See. Ich hoffe ja, dass ich nicht schießen muss auf die Kogge. Und wenn ich das richtig gesehen habe oder in Erinnerung habe, habe ich den Kaya mit Matrosen nach Danzig geschickt. Stimmt das? Ja. Super. Den Pot hier schicken wir da runter. Zack. Habe ich hier nicht weggeschickt, doch. Okay, okay, okay. Alles klar. Sturmwind erreicht ihr Ziel. Wo ist das Ziel? Wo ist das Ziel? Sturmwind. Hallo, Sturmwind. Nach Namen. Sturmwind. 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 Ach da. Ah ja, die hatte ich ja zum Abfangen dieser Tralala dahin geschickt. Aber jetzt ist da ja nichts abzufangen. Dann gehen wir da mal rein. Gucken da mal, was sein Malmüll los ist. da wird ja, da habe ich hingeschickt. London. Fehlt Salz. London. Fehlt Salz. Ja, Tuch. Gut. Auch gut. Trantuch, Honig. Jetzt Getreide, Fleisch. Bier sieht nicht schlecht aus. Wollen wir aber nicht. Okay. Edinburgh. Hamburg. Kann noch die Frecke hier mal reingucken. Das war's schon. Das ist eine Patrouille hier. London habe ich ja auch nicht reingeguckt. Da ist auch nichts. Ähm, tja. Gut. Lass die mal einfach so weitermachen. Hier unten. Ja, das ist... Tja. Schwierig, schwierig, schwierig. Oh, geht gar nicht. Geht gar nicht. Hier müsste doch jetzt die Dings dabei sein, ja. Die Bergenfahrt mit dem Bier. Genau das. Das ist der Fall. Zup. Woll, dann haben wir schon mal wieder was. Hier holen wir das auch noch raus. Jawoll. So. Das war doch prima jetzt hier. Sonst ist da nichts, was wir holen könnten. Wie sieht das denn aus, wenn wir da reingucken? Wie sieht das ja schon ganz schön happig aus hier. Lieber nicht so viel mitnehmen. 20. 40. Keramik. Pech. Salz. Tran. Das ist schon ganz schön. Für ein kapitänloses Schiff ist das schon ordentlich. Was wir da drauf haben. Adler-Zusee. Salz. Fleisch. Leder. Leder. Fälle. So. Nach Riga. Zack. Ja, das dauert eine Weile. Ist der Kahn, der unten ist. Sturmbind. Honig. Keramik. Tran. Fälle. Fischfleisch. Getreide. Gewürze. Holz. Leder. Da ging ja noch. Wenn wir nach Lübeck fahren, ist das gar nicht verkehrt, so Leder mitzunehmen. Tuch. Hier nehmen wir auch einfach noch 10 Stück mit. Und dann wollen wir mal gucken. So, hätten wir da was? Nein. Runter nach Lübeck. Wir kommen wieder nicht weiter. Knallen wir jetzt mal hier was rein. Fischfleisch. Fischgetreide. Keramik. Fünf Pechsalztran. Lassen wir alles mal weg. Wie sieht's hier aus? Auch nix. Nix, 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 nix. Nix. Amuletiten legt ihn dann sich an. Hier haben wir auch noch die Schnigge hier runtergeschickt. Eieiei. Gut. Das war das. Kleines bisschen von dem hier. Das war es dann auch schon, ja. Ja. Lass uns hier mal die Reparatur annehmen. So. So. Verschwindet jetzt auch. Da kommt nochmal unsere Auftragsliste. Vielen Dank, dass ihr diesen kleinen Transportauftrag erledigt habt. Stockholm. Eskortiert. Auftrag nach Ladoga. Den haben wir noch am Laufen. Zorn sind wir gewesen. Nur der Auftrag nach Ladoga ist also noch offen. Hildegard. Hildegard. Fisch. Getreide. Gewürze. Tran. Tuch. Tuch. Tuch sieht so aus. Dass wir noch erhöhen. können, ja und auch tun Bier so da fehlen noch Matrosen ein Kappi gibt es ja auch noch 4,2,0 ja, der kommt da rüber und dann können wir den Kapitän aufnehmen so hier haben wir noch genau die guten übergeben jawohl haben wir auch erledigt der Preiswerte zack, zack Fälle ist nicht das preiswerteste aber immerhin Getreide Nebenraum ist nicht na komm anlegen und jetzt mal hier die Matrosen ja, viel ist nicht ja, viel ist nicht aber was soll's ja wir haben immerhin gut ist zack so weiter 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 keine Aufträge hier legt den Lübeck an das kann auch bestimmt nur wieder eine Reparatur sein der Pot ist das der Pot ist das so so sollen wir die verschärbeln brauche aber noch ein bisschen Pötte als Piraten Jäger Schiffswaffen können wir schon mal sechs Stück wieder kaufen so wie sieht's denn aus hier den Versteigerungen Viehzucht 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 gucken ob wir die kaufen können was war das war das am 19 was ist das denn jetzt hier Holz und Holz und Holz ja was hab ich denn mit Holz hier gemacht gar nichts ne ah je shit was machen unsere Jungs denn hier vier Mann sehr glücklich was ist wie Rehwald da liegen alles fette von uns an da ist nix da ist nix raushauen hier zack Keramik Tran Wein kann man nichts holen schade da war ja nix nein schade 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 gehen wir nochmal zurück versuchen nochmal mehr von den Eisenwaren aufzunehmen haben wir hier noch irgendwas nein was wollen wir denn dann hier keine ahnung was wir hier wollen einfach nur hier drumrum stehen sehr wahrscheinlich da nix 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 kann sie hier gewinnen kein Blumentopf nix schiete 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 60.000 ja komm wir wollten ja unsere LYNX aufladen unsere LYNX mit X aber nix so noch 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 so da haben wir doch schon mal 40 Stück drauf was gibt es hier sonst noch naja hopp Anf-Holz-Honig Pyramik-Leder Pech rolle bier bier habe ich doch nebenan so fest von überzeugt dass wir in Stettin unsere was ist denn hier noch was ist denn hier noch wein wein oh man ein Bein meine Güte meine Güte zupf so ist die Wahl sind wir sind wir denen doch auch noch losgeworden Patrouille Patrouille mal gucken mal gucken auf die LYNX also nach Lübeck optimal optimal so dann machen wir jetzt erstmal Schluss hier lassen wir das erstmal gut sein dann wir an haben jetzt haben haben das ist ist das ist das ist das 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 Mon ist wo ist ein nem w Vielen Dank.